Fuck, Alter, was ist das denn? Hey Jungs, wollt ihr mit oder was? Schaut vier für die aus den alten Zeiten Die Daub waren von Anfang an Und langsam haben sie alle hier im Land erkannt Wenn man dies verdammte Team schon jetzt nicht aufhalten kann Wann dann? Nie mehr, mein Freund, sieh her, mein Freund Das hier ist, wie es aussehen soll Sag dem DJ, das hat den Scheiß aussehen soll Ich will, dass jeder Hater die Erschütterung spürt Wir sind nicht mehr auf dem Weg, wir sind direkt hinter der Tür Klopf, klopf, klopf Und du hörst das Instrumental, dass dieser Typ tropft, tropft Alles, was bisher so am Start war Wart mal Jetzt bring den Beat wieder rein Das hier ist ein Neuanfang, wie es war Wird es nie wieder sein, falls sie es noch nicht wusste Sag was? Falls sie es noch nicht wusste Sag was? Steht auf, seid mal laut Hey DJ, kommt den Scheiß Steht auf, seid mal laut und hört aus Gib dann aus für die Frauen und klingt laut Lauf los, sag sein, sag ihm Bescheid Dass ohne uns hier in der Zukunft keine Fahrt übersteigt Erzähl von Menschen, Massen, Frau Arben, Katzen, die dich schwer atmen lassen Tropfen lassen, wow, bloß flow, die dich nicht schlafen lassen Eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier Wer jetzt nicht stinkt, weil er tanzt oder trinkt, muss weg von hier Der Klö ist mein Perfil Krieg Klö schon an der Tür Sie schreibt Solo, was geht Und ja, Mann, er ist hier Wir sorgen nicht nur, bloß aussehen Beim Ausgehen für Aufsehen Kein Zufall, das wär mit zum Rausgehen Aufstehen Frauen, wir im Hotel, feiern wir aftershows Die Ladies killen die Mini-Bar Schmeißen mir so Klamotten in die Luft Falls sie es noch nicht wusste Sag was? Falls sie es noch nicht wusste Sag was? Steht auf, wird das Schell Seid mal laut, wird das Schell Hey DJ, pump den Scheiß auf, wird das Schell Steht auf, seid mal laut und wird auf, wird das Schell Geht dann aus für die Frauen und trinkt auf, das Schell Ab in die Mitte mit euch, ab in die Mitte mit euch Was los? Ab in die Mitte mit euch, ab in die Mitte mit euch Komm schon? Ab in die Mitte mit euch, ab in die Mitte mit euch Hallo? Ab in die Mitte mit euch, ab in die Mitte mit euch Was los? Wir ziehen das bis zum Ende durch wie der Papst Laufen beide auf jeden Channel, bis Ende Schluss, jeden Tag Der Wendepunkt ist jetzt da Ihr kennt uns jetzt, kennt die Namen Wenn ihr rechnen wollt, rechnet mit uns, denn wir sind da Falls sie es noch nicht wusste Sollten wir schulden, sollten wir schulden Sag was? Sollten wir schulden, sollten wir schulden Falls sie es noch nicht wusste Sag was? Falls sie es noch nicht wusste Sag was? Falls sie es noch nicht wusste Sag was? Falls sie es noch nicht wusste